Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Sims 4 mit Jarek, unserem romulanischen Polizisten und Merkundfrau Nalani, die in der Musikindustrie tätig ist und dabei, ich glaube, ein Klavierspiel oder ein Streichinstrument. Okay, genau. Ihr wollt jetzt ein bisschen in die Sterne schauen, glaube ich. Das hatte ich mal eingestellt. Und offscreen habe ich übrigens einen neuen Club platziert. Den habe ich mal aus der Galerie heruntergeladen und platziert. Und den werden wir uns dann wahrscheinlich am Wochenende anschauen. Genau, aber er muss jetzt erst einmal fünf Tage arbeiten. Nalani, aha, okay, ein bisschen anders. Alles klar, gut. Okay, was seht ihr denn Schönes? Von den Sternen erleuchtet, weil er die Sterne geschaut hat. Okay, alles klar, gut. Was haben wir denn hier? Haben wir da irgendwas in Nachbarschaftsgeschichten? Wir Echsen haben ihr neues Baby willkommen geheißen. Veronika Kreuz hat die Innendekorateurin Karriere angenommen. Hausrat Haul ist eingezogen. Oh, Lu. Nach Tartosa wieder. Ich glaube, da gefällt es ihm. Anaya Young ist ins Jenseits eingekehrt. Beim Toilettenreparieren. Haushalt Hekikia ist ausgezogen. Haushalt Braun ist nach Sulani gezogen. Okay. Na, was ist denn hier? Leo Hermanns ist ins Jenseits eingekehrt. Und Haushalt Greenberg hat ein Kind adoptiert. Und sonst nix. Okay. Ah, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Müssen wir, genau, die Entführungen müssen wir verhindern. Und Nachbarschaftsvernetzen. Glückliche Stadt. So, okay. Aber ich lasse mir die beiden nochmal ein bisschen hier auf dem Gehweg sitzen und in... oder liegen und in die Sterne schauen. Gut, okay. Haben wir eigentlich heute irgendwas Besonderes in der Stadt oder so? Genau, Streichetag, den haben wir weggemacht. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Okay, alles klar. So, passt es. Ich würde sagen, ihr zwei, ihr geht dann nachher mal einfach... Warte mal, mal die Wände wegmachen. Ihr geht jetzt einfach mal schlafen. Schlafen. Okay. Alles jetzt sowas von freundlich. Alles klar. Gut. Dann mal ab ins Bett, Leute. Also natürlich nicht ihr, sondern die beiden. Ich denke mal, das dürfte klar sein. So. Nalani, dir geht es eigentlich recht gut. Und ja, eigentlich ungefähr gleich. Aha, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Weißt du was, Nalani? Du darfst jetzt mal auf die Toilette gehen. Ja, du darfst diesen Quatsch hier mal wegwerfen. Und dann nochmal den Robo starten. Was ist denn hier? Müll lernen. Achso, du gehst jetzt auf die Toilette. Okay, ähm. Äh, nee. Mach mal hier Müll lernen und Reinigungsvorstart. Äh. Einstellungen aus. Automatische Reinigung ein. Aha. So, genau. Mach mal, Jarek. Nalani schmeißt es hier weg. Sehr schön. Okay, haben wir da, genau, haben wir wieder so eine Maus. Aber die können wir jetzt mal wieder was suchen lassen. So, kannst du für uns was suchen? Ein schönes Schatz, einen schönen Schatz oder so? Ich bin gespannt. Aha, ist schon wieder Spielzeug. Äh, mit Staub füttern. Jarek, was machst du denn wieder für ein Quatsch? So, was haben wir denn hier? Ist schon wieder so ein Teddybär oder so? Nein, Einhorn. Okay. Wow, 425 ist das Ding wert. Und die Maus ist ja fleißig. Ich wünschte, man könnte das irgendwie ein bisschen anders machen. Also, nicht so wegtreten, sondern ich weiß auch nicht. Okay. Okay, äh. Ja, dann lass sie einfach nochmal ein bisschen da. Na, hier duftet's. Der Robert flitzt. Oder kann der Robo diese Maus eigentlich wegmachen? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Okay, kleines Kompliment. So, 4 Uhr früh haben wir es. Weißt du was? Das kannst du mal lernen. Und Nalani, komm, mach mal diese Maus hier weg. Und dann mach mal streicheln zuerst. Und drauf treten dann nachher. Es ist halt echt nicht nett. So, schauen wir mal. Hallo, kleiner Racker. Es ist trotzdem irgendwie... Äh, ih, mit der Nase. Streicheln. Aber nicht mit der Nase, Nalani. Okay. Also erst schon mal entschuldigen dafür, dass sie jetzt weg muss. Okay. Gut. Jetzt ist sie weg. Alles klar. Gut. Der Robo ist fertig. Was ist mit der Wäsche? Da war nix. Du gehst. Du gehst zu Yari grüber. Okay. Aber ich würde sagen, ihr könnt euch mal was zum Essen nehmen. Und ja, du kommst dann auch mal hier scannen. So, du schnappst dir dann auch mal was. Immer auf zu zocken jetzt hier. Oder was auch immer du da treibst. So. Setzt du dich hin, Nalani? Ja, sie setzt sich hin. Sehr schön. Okay. Dann kannst du dir auch einen Rest nehmen. Genau. Denn ihr habt beide so ein bisschen Hunger. Und dann nachher vielleicht noch einen Kaffee, bis es dann losgeht. Ah, es ist 5 Uhr früh. Oje, Nalani. Oje. Aber ich finde das eigentlich ganz süß. So, beim Fischen ist noch alles in Ordnung. Und bei unseren anderen Tierchen auch. Die muss man ja nicht füttern. Genau. Okay. Dann lasst euch mal schmecken. Was gibt es denn heute? Ach, die Mac and Cheese. Hm. Nam, nam. Hätte ich jetzt auch gerne. Ah, sehr lecker. Ja. So, dann haut mal ordentlich rein, Leute. Genau. Ja, Hydration noch so ein bisschen. Weißt du was, Nalani? Du dürftest dann nachher auf die Toilette und heute einfach nur mal in Dusche singen. Ja, wieso nicht? Genau. Lass den Teller ruhig stehen, Nalani. Das kann Jarek dann machen. Naja, gut. Aber du bist ja eine Fleißige. So. Du? Okay. Gehst ins Bad damit. Okay, alles klar. So. Okay. Jetzt haben wir halt noch ein bisschen bis zur Arbeit. Normalerweise zieht man sich die Hose ja auch runter, wenn man aufs Klo geht, Nalani. Nalani. So. Hinter waschen noch. Alles klar. Und nochmal irgendwas Süßes machen. Was ist das hier? Händchen halten. Ja, ist doch cool. Okay. Nachher dann. Huch. Entschuldigung. Okay. Ne, da geht alles lieber. Was machst du da eigentlich? Lifestyle. Na, ich weiß nicht. Äh, bist du schon fertig, Nalani? Ja. Ist echt schon fertig. Okay. Aber das ging schnell. Es Pop hören möchte, World Musik hören. Und geht so jahrig rüber. Okay. Zuhören. Oje. Ein Stähnchen wieder, oder was? Es ist auch immer dasselbe, Nalani. Du könntest auch mal wieder ein anderes Lied singen. Äh. Wollen wir mal ein bisschen Händchen halten. Zuneigung ausdrücken. Wollen gestreichelt. Aha. Mistelzweig. Hahaha. Schön. Ach, die zwei. So, wie schaut's mit der Wäsche aus? Das geht noch in Ordnung. Okay, alles klar. Oh. Okay. Schön. Und nochmal ein Küsschen auf die Wange. Oje. Oje, mein Nalani. Oje. Was ist denn heute wieder los? So. Ähm, warte mal. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Chat. Ist doch Schwachsinn. Warte mal. Ähm. Mehr Auswahl. Kundgebung. Mondlicht baden. Fans un... Aha. Er kann nach der Arbeit damit weitermachen. Ach so. Er kann das nicht. Aha. Ein bisschen Klampfe spielen. Ah, das ist doch schön. Ach, das ist doch schön, Nalani. Und du darfst dir mal bitte... Äh. Wirken, Behaarung, Rasieren. Ja, weg. Ah, ja. Von hier. Von hier. Oh, das war schön. Das war wirklich schön, Nalani. Äh. Kannst du noch mal was, ähm... Lied singen. Fork. Da war mir die Spinne. Ah, schön. Aber du kannst die Gitarre gerne wieder mitnehmen. Hast du gut gemacht, Mäusle. Und da schaut ein T-Rex rein ins Fenster. Okay. Zocken und Handy spielen. Ähm, ich meine natürlich... Ich meine natürlich den Scanner bedienen. Oh. Ja, ja, Mutschipichi. Okay, wie lange hast du noch? Eine halbe Stunde. Alles klar. Ach, Nalani, sing doch bitte nicht immer dasselbe. Das ist doch irgendwie auf Dauer so ein bisschen... Naja. Ist das ein Ständchen, oder? Ständchen bringen, ja. Ich habe Nalani übrigens jetzt die Rundpunkte gegeben, die sie leider nicht bekommen hat. Per Cheat habe ich das leider machen müssen. Und Yarek hat auch noch mal ein paar bekommen. So, deshalb haben wir wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Möglichkeiten mehr. Aber jetzt geht es gleich in die Arbeit, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Ach, Nalani. Okay, schnell mal flüchten hier. Ach, Mann, 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 Mann. Es ist irgendwie immer dasselbe. Ich weiß auch nicht warum. So, ich freue mich. Ich freue mich so sehr auf diese Fälle. Ich kann dir gar nicht erzählen, wie. So. Ach so. Ach so, den Hut hast du auf. Ach, Scheiße. Ich habe ihm per Cheat die Klamotte. Wartet mal, Leute. Ich muss da schnell mal was schauen. An die Arbeit. Ne, das mache ich dann offscreen. Okay, er hat die Mütze auf. Das hätte ich ihm wegnehmen müssen. Ich habe ihm per Cheat die Klamotte wieder zurückgegeben. Denn mir hat das halt einfach nicht gefallen. Okay, das muss ich dann später machen. Gut. Haben wir denn eigentlich gerade einen Fall? Äh, Stopp. Äh. Polizeidatenbanken. Ne, Moment. Ne, wir haben doch einen abgeschlossen, oder? Ach, hier ist jemand. Ne. Verdachtsperson. Okay, okay, okay. Dann haben wir das nicht gemacht. Fingerabdruck. Und Polizeifoto. Okay, ich dachte, wir hätten einen Fall abgeschlossen. Und verdächtige Personen verhören. Okay. Gut. Alles klar. Ah, ne, die Mütze, die braucht er einfach nicht. Das schaut halt einfach nicht aus. Aber ich weiß jetzt auch den Cheat nicht auswendig. So. Guten Morgen. Kommen Sie mal bitte. Ne, ne, brauchen wir nicht. Kommen Sie mal bitte mit. Einfach ganz normale Routineuntersuchungen. Fingerabdrücke. Foto machen. Sie kennen vermutlich das Spiel schon. Weiß nicht, ob Sie vor Ort bestraft sind. Mal sehen. Okay, was haben wir denn da? Einen Hammer. Okay. Sind Sie Handwerkerin? So, was haben wir denn noch? Äh, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Naja. Wird wohl nicht so wichtig sein. Äh, wo ist denn die jetzt abgeblieben? Ach, hier. Spiel. Ach, komm schon, Spiel. Was machen wir jetzt? Ach, das ist doch scheiße. Was machst du jetzt? Säuber. Ne, ne, du brauchst jetzt hier nicht putzen anfangen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, komm schon. Ja, super. Echt toll. Ach, komm schon. Es ist doch scheiße, wenn irgend so ein Spiel wieder... Wenn das Spiel irgendwie meint, rumspacken zu müssen. Was machen wir jetzt mit der? Ach, Mann. Es ist so nervig. Kann ich... Kann ich jetzt... Kann ich bei der jetzt noch die Fingerabdrücke machen? Oder geht das auch nicht? Was machen wir da jetzt? Ach, toll. Müssen wir halt jetzt echt andere Scheiße machen, oder wie? Ach, Mann, ist das dumm. Echt. Spiel. Wirklich. Auf Patrouillen gehen. Ach, komm. Kann sich die nicht mal wieder resetten? Warte mal. Kann man irgendwas anderes machen? Aus Zelle entlassen? Ah, geht nicht. Wähle Heftlin, um ihn freizulassen. In Zelle sperren ihn hier. Hm. So, äh, nee. Stopp. Okay, ähm. Ja, sowas bringt mich halt jetzt echt wieder komplett... Komplett raus. Sollen wir den Arbeitstag abbrechen und vielleicht neu starten? Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Ah, ah. So, warte mal. Äh. Arbeit früher verlassen. Abbrechen. Nee, warte mal. Arbeit früher verlassen. Okay. Gut, Moment. Können wir das nochmal machen? Ach, ist das schon wieder echt scheiße. Ohne Kack. Schau mal, ob er das jetzt nochmal machen kann. So, kannst du doch nochmal in der... Nee. Oh, Mann, ey. Ach, das Caleb, ja. Kann ich nochmal irgendwie in die Arbeit gehen? Nee, zählt nicht, oder? Ja, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ähm. Warte mal. Äh, was haben wir denn hier? Fanpost öffnen. Äh, wieder so blöden Tonklumpen. Warte mal. Was gibt's denn jetzt für eine... Alle nach Hause schicken. Ja, mach das mal. Äh, nee, also... Das möchte ich jetzt nicht machen. Okay. Äh, stopp. Kann auch der Arbeiter damit weitermachen. Warum geht das nicht? Ach, das ist ja doof. Hm, okay. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich kümmere mich jetzt nochmal drum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es tut mir echt leid, dass die Folge so gesponnen hat. Okay, macht's gut. Ciao und Servus.